Herzlich willkommen zum KeyApe Administrator Tutorial. In diesem wollen wir uns dem Hinzufügen von Domains zu den einzelnen Benutzern widmen. Hierzu klicken wir im linken Menü auf Domains. In der dort erscheinenden tabellarischen Übersicht sind alle bereits angelegten Domains und deren jeweilige Eigentümer aufgeführt. Auch ist in dieser Übersicht der entsprechende SSL-Status der Domain, d.h. ob ein Zertifikat hinterlegt wurde, gegebenenfalls ob eine automatische Umleitung von HTTP auf HTTPS und ob HSTS aktiviert wurde, angezeigt. Zudem ist die entsprechende PHP-Version ersichtlich, unter welcher diese Domain ausgeführt wird und unter dem Optionsfeld finden sich das Stiftsymbol für die Bearbeitung der Domainoptionen, das entsprechende Benutzersymbol, um den der Domain zu geordneten Benutzer zu bearbeiten, das Weltsymbol, um die DNS-Zone der fraglichen Domain zu bearbeiten und das Löschen-Symbol. Die jeweiligen Domainoptionen sind mit denen identisch, welche auch beim Anlegen einer Domain abgefragt werden. Anlegen einer Domain ist über den Button Domain hinzufügen möglich. Zunächst wird hier der Eigentümer abgefragt, d.h. der Keyhelp-Benutzer, welchem diese Domain zugeordnet werden soll. Die Domain zeigt dann auf Daten innerhalb dessen Benutzerverzeichnisses. Mit Klick auf Weiter kommt man auf das Domainoptionen-Menü, welches, wie gesagt, mit denen für eine nachträgliche Bearbeitung identisch ist. Daher werde ich dieses hier nur einmal erklären. Beim Domain-Typ hat man den Wahl zwischen einer Hauptdomain und einer Subdomain. Üblicherweise legt man als Administrator zunächst Hauptdomains an. Der vollständige Domain-Name wäre die Domain an sich, ohne gegebenenfalls vorhandene www-subdomain. Diese kann man mit dem Haken darunter, erstelle www-subdomain, zeitgleich mit erstellen lassen. Unter Domain-Ziel ist es möglich, ein lokales Verzeichnis anzugeben. Hierzu ist unten entsprechend auch mit dem Durchsuchung-Button markiert, der Verzeichnisfad angegeben. Über den Durchsuchung-Button ist es zudem auch möglich, den Pfad entsprechend über ein Dropdown-Menü auszuwählen. Alternativ ist eine Weiterleitung einer Domain auf eine andere Webadresse möglich. Hier besteht dann die Auswahl, ob es sich um eine 301, d.h. eine dauerhafte Weiterleitung, oder eine 302, eine temporäre Weiterleitung handelt. Darunter findet sich der Haken für E-Mail-Domain. Ist dieser aktiviert, kann die Domain auch zum Anlegen von E-Mail-Adressen unterhalb des Benutzers genutzt werden. Sofern dieser Haken nicht gesetzt wird, ist es dem Benutzer nicht möglich, auch bei vorhandenem E-Mail-Kontingent unterhalb dieser Domain E-Mail-Adressen anzulegen. Der Haken Domain ist deaktiviert, deaktiviert die fragliche Domain und alle Subdomains. Diese zeigen dann nur auf einer Platzhalterseite. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn auf der Domain selber noch kein Inhalt hinterlegt werden soll und diese zunächst nur dem Benutzer zugeordnet werden soll. Im zweiten Tab, Sicherheit, ist es möglich, entsprechend die SSL-Einstellungen vorzunehmen. Hier besteht die Möglichkeit, kein Zertifikat zu hinterlegen, einen letzten Krypt-Zertifikat für die Domain erstellen zu lassen. Hierbei ist es notwendig, dass die Domain schon auf den fraglichen Server bzw. dessen IP-Adresse auflöst. Alternativ kann ein unter SSL-TLS-Zertifikate hinterlegtes Zertifikat ausgewählt werden. Der Key-Administrator hat hierbei die Möglichkeit, sowohl Zertifikate aus dem Serverpool als auch direkt dem Benutzer zugeordnete Zertifikate zu wählen. Der Benutzer selbst hätte in seinem Menü für diese Option nur die Möglichkeit, Zertifikate auszuwählen, welche ihm zugeordnet wurden. Mit dem Haken sichere Verbindung erzwingen, kann entsprechend, sofern ein Zertifikat oder ein Let's Encrypt-Zertifikat ausgewählt wurde, die automatische Umleitung von HTTP auf HTTPS aktiviert werden. Darunter folgend ist das Menü für HTTP-Strict Transport Security. Wenn diese aktiviert wird, so wird ein Browser nach dem erstmaligen Aufruf der Domain angewiesen, kommende Verbindung nur noch aufzubauen, sofern ein gültiges Zertifikat hinterlegt wurde. Anderenfalls weist der Browser die Verbindung mit einer nicht überspringbaren Fehlermeldung ab. Das Standardintervall in Sekunden steht für ein halbes Jahr. Innerhalb dieser Zeitspanne hält sich der Browser nach der erstmaligen Verbindung entsprechend an die HSTS-Einstellungen. Ganz am Ende findet sich noch entsprechend die Option, die Sicherheitsaufstellung auf alle SAP-Domains zu übertragen. Wenn dies aktiviert wird, so werden die hier getroffenen SSL-Einstellungen auf der Domain selbst und allen dieser Domain zugeordneten SAP-Domains durchgeführt. Dies sollte entsprechend auch beachtet werden, wenn ein manuell hinterlegtes Zertifikat ausgewählt wird. Dieses sollte dann entsprechend auch für alle SAP-Domains gelten. Im dritten Tab unter Interpreter ist es möglich, für die Domain entsprechend den PHP-Interpreter, mit welchem die PHP-Dateien ausgeführt werden, auszuwählen. Hier ist zunächst die Standard-PHP-Version der jeweiligen Linux-Distribution auswählbar und, sofern bereits installiert, die von Keyhelp zusätzlich bereitgestellten PHP-Version. Momentan bietet hier Keyhelp die Option zwischen PHP 5.3 bis PHP 7.3 nachzuinstallieren. Auch für die PHP-Interpreter gibt es den Haken, um die Option auch auf alle SAP-Domains zu übernehmen. Mit dem vierten Tab, Apache-Einstellungen, ist es möglich, spezielle Apache-Webserver-Direktiven direkt in Keyhelp vorzunehmen, sodass diese bei der Erstellung des Virtual Host-Containers in der Apache-Konfiguration übernommen werden. Hierbei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die korrekte Syntax eingehalten wird, da ansonsten ein Neustart des Web-Servers nicht ohne Syntaxfehler möglich ist und der Web-Server im Falle eines entsprechenden Stopps nicht wieder gestartet werden kann. Somit wäre dann auch das Keyhelp-Interface unzugänglich und eine entsprechende Konfigurationsänderung der Apache-Dateien wäre über die SSH-Konsole notwendig. In der Hauptübersicht der Domains ist es möglich, die Ansicht entsprechend zu filtern. Filteroptionen für das Suchfeld wären zunächst Domain-Bestandteile bzw. der Domain-Name. Alternativ stünde hier auch der Eigentümer für eine Suche zur Verfügung. Mit dem Haken links daneben ist es möglich, Subdomains und gegebenenfalls auch das Domain-Ziel einblenden zu lassen. Standardmäßig sind Subdomains in der Administratoren-Übersicht für eine bessere Übersicht ausgeblendet. Im linken Menü unter dem Menüpunkt Unzulässige Domain-Namen ist eine vordefinierte Liste von Domain-Namen, welche ein Benutzer nicht hinzufügen darf. Als Administrator ist es natürlich möglich, diese anzulegen. Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Liste aber um Domains, die bereits existieren. Diese gehören dann zum Beispiel Großkonzernen. Unter Domain hinzufügen kann diese Liste auch nach eigenen Wünschen noch bearbeitet werden. Grundsätzlich ist diese Liste für den Zweck gedacht, wenn man dem Benutzer das Recht gibt, eigene Domains anzulegen, damit dieser zum Beispiel nicht google.de anlegt und dann entsprechend E-Mails an google.de versucht werden lokal zuzustellen. Im linken Menü mit dem Button Traffic-Statistik findet man eine tabellarische Übersicht des verbrauchten Datentransfers für die einzelnen Benutzer und für den Server insgesamt. Gegliedert ist diese Traffic-Statistik in die Teilbereiche HTTP, FTP, E-Mail Traffic, namentlich POP3 und IMAP und SMTP. Links oben findet sich ein Dropdown-Menü, um den jeweiligen Monat, für welchen man die Statistik einsehen möchte auszuwählen. Soweit zum Bereich Domains. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial. Video. 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 Video.